Und in einer Überlieferung bei Imam Ahmed sagte der Gesandte, sallallahu alaihi wa sallam, dann wird ihm, dem Kafir, ein Engel zur Seite gestellt, der blind ist und taub ist und stumm ist. Er hat einen Eisenhammer in der Hand. Und die Gelehrten sagen, er ist taub, weil er will gar nicht hören, wie du schreitst. Und er ist blind, er will gar nicht sehen, wie du dich umwälzt in deinem Grab vor lauter Schmerzen. Allah hat ihn blind, taub und stumm gemacht, dass du gar nicht mit ihm erst redest, dass du ihn erst gar nicht bittest und sagst, sei barmherzig mit mir. Allah hat ihn so erschaffen, diesen Engel. Wenn dieser Engel mit diesem Eisenhammer einmal auf einen gewaltigen Berg schlägt, dann wird dieser Berg zusammen. Dann stellt Allah diese Person wieder her, weil er wurde zerfetzt von diesem Eisenhammer. Allah gibt ihm wieder seine Gestalt zurück und dann bekommt er erneut einen Schlag auf den Kopf. Dann schreit er ein Schrei heraus, dieser Diener, sodass die gesamte Schöpfung ihn hört, außer die Menschen und die Djinn, wie wir bereits gesagt haben. Wallahi, liebe Geschwister, Allah ist barmherzig. Können wir die Strafe im Grab hören, ja oder nein? Wir hören sie nicht. Wer sagt mir, warum hat Allah aus Barmherzigkeit uns nicht die Strafe im Grab hören lassen? Wir würden aufhören, wen zu begraben? Unsere Liebsten würden wir aufhören zu begraben, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung bei Imam Muslim, wenn ihr nicht aufhören würdet, eure Toten zu begraben, würde ich Allah darum bitten, dass er es euch erlaubt, die Stimmen im Grab zu hören, die Schmerzen im Grab zu hören, so wie ich es höre. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat das gehört.